ja hallo und hallöchen meine lieben freunde und damit darf ich jetzt einen neuen projekt auf dem kanal begrüßen wir spielen ein spiel was glaube ich mittlerweile die meisten schon kennen ich bin brot beziehungsweise i am brett im jahr habe ich mittlerweile schon bei relativ vielen youtube und gesehen hat sich gestern oder für euch ist schon ein bisschen länger her beim lieben debitor gesehen habe ich mich selber bock darauf bekommen dass man so das plane und irgendwie muss die butcher hier geh auf butter und wir brauchen mehr kraft okay irgendwie okay du willst es ja nicht daran nicht daran wir werden uns jetzt mit butter ist mal voll reiben natürlich da ich ja auch ein paar let's place zugesehen habe ich natürlich auch das spiel dementsprechend mit butter butter ist leckes müssen wie die seite wechseln moment lc ja das ok oder muss noch marmelade marmelade wir griechen zu der marmelade auf mein gott was so hier noch ein bisschen drin reiben die bohne sind auf jeden fall auch gut aus also ich würde den toast total so essen moment wir müssen noch einmal drehen und dann mit der anderen seite rein und dann können wir uns auch schon auf dem weg zum toast machen ich möchte da ich möchte mich was machst du da jetzt b ich muss mit der steuerung noch klarkommen muss mit der steuerung noch klarkommen halt nein 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 was nein andersrum genauso genauso jawohl so jetzt müssten wir eigentlich richtig schmackhaft sein oh ja den toast würde ich so alter was ruhig toast ruhig ok sind nach rechts da unten liegt ja bekanntlich ein skateboard dann möchte ich drauf kommen auf den stuhl wo ist denn das kann ich okay ja moment 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 weit und vom skateboard ist dein ernst direkt darunter halt nein geht da hoch geht da hoch das war das denn das war richtig scheiße Es war so nicht geplant, Leute. Oh Gott, jetzt müssen wir den Schrank hochklettern. Das ist so eine Sache, die... Ach, nee. Aber wir schaffen das. Ähm, Brot. Vorwärts. Vorwärts. Nein, nein, was machst du? Nicht zurück. Brot. Jetzt festhalten. Ähm... Komm. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. 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 Oh Gott, ey. Ich würde nicht wissen, wie das gerade angehört hat. So feucht. Das sind Ameislines. Aber mit der Storchung ist es ja schon auch sehr schwammig irgendwie. Aber gut. Gut. Nicht in die Ameisen rein. So. So, wir werden uns natürlich den Weg über die Spüle bahnen. Momentchen. Das machen wir ganz vorsichtig und gechillt. So. Damit das erste Level gleich schaffen, da wäre ich echt überrascht von. Geht er? Ah, nicht alles kaputt, Mom, Brot. Okay, Moment. Halt. Hä? 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 Nein, 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 hoch, 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 nein, nein. Ah, halt dich fest, wo... Aha, Ding Dong. Okay, Moment, das können wir besser. Das können wir besser, so. Jetzt aber. Alter. Wollt ihr das Brot essen, schreibt es in die Kommentare. Ja, B, jetzt, Moment. Ah, so, that's the way we do it today. So, da hinten ist unser Ziel. Da ist der Toaster, genau da. Das ist unser Ziel, da gehen wir jetzt hin. Hoffentlich. Der Soundtrack ist auch super von dem Spiel. Alter. Ah! Okay, tschüss. Moment, rüber. Okay, wir vernichten die Spiele. Wenn wir in die Spiele gehen, sind wir tot. Das weiß ich. Ah! So, geh mal. Nee! Moment. Nicht da rein, Patrick, vorsichtig. Und, Alter, guckt euch mal die Wand an. Habt ihr schon mal was von putzen gehört? Kein Wunder, ich teue... Tu es so schrecklich. Moment, Moment, Moment. Hui! Haltet, ich wollte, ich wollte, ich wollte es anders machen. Moment, Moment. Genau, ich wollte da so, halt, halt, halt. Bleibt mal kurz liegen, dass ich den Web wieder aufladen kann. Genau, jetzt ein bisschen... So, dass ich mit LB... Ah! Ah! LB. Ja, ja, LB. So, so. Halb, Moment, Moment. Ah, jo! Ichiho! Oko! Sehr, jetzt müssen wir... Wir dürfen nicht da... Okay, Moment, Moment, Moment. Hä? Moment, Moment, Moment. Und... Halt, wir haben gleich keinen Grip mehr. Was? Was? Muss mich irgendwie hinlegen. Geht er hoch? Nein! Nein! Oh Gott. Das war so nicht ganz geplant, den Grip zu verlieren. Okay, Leute, jetzt müssen wir da rüberspringen. Wünscht mir Glück. Kameh. Kameh. Aha! Ah! Wir müssen hoch. Nein, 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 warum... Du Min... Ja, ja, ist toll. Ich glaube, wir werden es nicht beim ersten Mal schaffen, Leute. Er wird mich wundern. Nein, 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 RT. Nein, ich bin scheiße. Fuck, fuck. Nein, 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 nein. Es leuchtet schon rot, kann das sein? Oh, wir müssen da jetzt fast ganz schnell hoch. Nein, 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 nein. Ich will doch nicht sterben. Oh, jetzt wird die geskillt. Aber oh, 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 okay, Moment, Moment. L, R, R. Alte Kamera! Wir haben noch 1% Eatability. 1, Giga... was war ein vielversprechender versuch noch mal der hat gut er hat gut angefangen aber dann dann irgendwie alles verkackt egal das machen wir nein gott ha 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 wenn ich auch anders rüber wir könnten wir könnten eigentlich moment mal kurz moment mal machen wir was ausprobieren da sind wieder käferleins ja das macht gar nichts den gehen wir natürlich geschickt aus dem weg wir müssten auf das regal kommen leute müssten auf dieses regal kommen moment mal bitte jetzt moment falsch nein was machst du nicht rund um mein gott mach mich nicht schwach tostlein so wir könnten natürlich auch ok leute ich mache jetzt was was ich ok ok leute 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 ich glaube dass es gut gehen wir müssen wir müssen suchen einen schrank zu kommen ok war das ein guter versuch kappa ok wie kommen wir jetzt hier hoch ist eigentlich an die seite wir können natürlich auch moment was ist schwer jetzt wir machen das sollte machen das und das sieht eigentlich noch essbar aus also ich würde noch essen noch wer weiß was noch passiert in dem part das wissen wir leider noch nicht das müssen wir hier leider kurz raus aber das ist ein bisschen stopp aber hier das macht nicht so jetzt müssen wir jetzt müssen wir uns kürzt raus wagen in die freiheit hashtag freiheit jetzt mit komm hoch komm tust tust jawohl 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 nein 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 gerutscht gut wir laden uns den grip auf oh mein gott oh mein gott oh mein gott mlg oh mein gott wir müssen da rüber ne naja moment wir werden es da hoch gehen damit wir es schaffen so jetzt auf auf los brot glaube an dich glaube an den brot gott keine ahnung wisst ihr was wir machen jetzt jolo einfach machen das einfach jolo so läuft das hier in ulm in baden württemberg bei den schwaben bäm du fickt ok wir sind am tost wir sind am toster das ist gut leute das ist gut haben die den toster die haben den toster leichter erreichbar gemacht ne das sehe ich schon leute wir sind gleich tost wir sind gleich tost müssen wir dann nur noch irgendwie rein fluppen nein komm geht er rein wir müssen nur noch in den toster lassen wir müssen nur noch in den toster rein mein gott tost in den toster das kann doch nicht so schwer sein meine güte warum geht es eigentlich einfach so theoretisch müsste er so auch getoastet werden aber nein warum einfach so umständlich geht ne ja jawoll yes wir sind getoastet ding was muss ich drücken l und r wir sind doch fertig hä wir sind doch fertig hä wir sind doch fertig hä hä was l und r eins aber wir sind gut lecker wenn wir lecker sind dann müssen wir nicht essbar sein eigentlich schon egal wenn euch die erste folge von einem brett gefahren würde ich mich über den daumen nach oben oder im kommentar freuen links zur ersten folge und sind bleibt ein bisschen wie sich unten in der beschreibung und nach also schon wieder links wie youtube facebook box oder hitbox und instagram ich sage ich meine dass wir noch wunderschöne unterwiesen sind am sonntag wieder zu sagen aus tschüss